Ja, okay, super. Herzlich willkommen, Philipp Banzi von der Republika für DCTP TV. Wir reden jetzt in den nächsten Minuten mal über das Phänomen des Recruitings und wie Radikalisierung funktioniert auf dem Weg, ja, weiß ich nicht, zum Islamismus nach Syrien. Peter Neumann, Sie sind Politologe am King's College in London, ganz herzlich willkommen. Wir müssen mal so ein bisschen die FAQs durchgehen und tatsächlich mal bei Null anfangen. Wenn wir darüber reden, Radikalisierung von Jugendlichen, ich nehme an, meist junge Männer, hin zum Islamismus, vielleicht auch, um sie dann tatsächlich nach Syrien zu locken in den Kampf. Wie funktioniert das? Also, ich und mein Team, wir beobachten das ja seit vielen Jahren schon. Uns ist 2012 zum ersten Mal aufgefallen, dass Leute nach Syrien gehen. Und da spielt das Internet eine Rolle, aber es spielt nicht die einzige Rolle. Wenn Sie sich mal anschauen, wo kommen die Leute her in Europa, die nach Syrien gegangen sind, dann sind es immer relativ komische Häufungen. Häufungen in Orten, die eigentlich nicht so bekannt sind für salafistische Aktivität in Deutschland, Solingen, Mönchengladbach, Bonn, Wolfsburg, in Großbritannien, Portsmouth, Cardiff, Brighton. In Belgien kamen am Anfang zumindest fast die Hälfte aller Kämpfer aus dem kleinen Ort Villwarde, 30.000 Einwohner vor den Toren Brüssels. Und das deutet ja schon darauf hin, dass es eben nicht nur das Internet ist, sondern dass das häufig Freundesgruppen sind. Leute, die miteinander Fußball gespielt haben, die miteinander zur Schule gegangen sind, wo dann sich ein oder zwei der salafistischen Szene angeschossen haben und dann gewissermaßen ihre Freunde rekrutiert haben. Wenn es wirklich nur das Internet wäre, dann würde man eigentlich diese Häufungen nicht erwarten, denn das Internet ist ja überall. Diese Häufungen gibt es, weil hier tatsächlich enge soziale Bindungen nach wie vor eine sehr große Rolle spielen. Aber diejenigen, so der Kern dieser Truppe oder der Kern, um den sich das dann so rumkristallisiert, was sind das für Menschen? Was verbindet die? Welche Eigenschaften bringen die mit, dass sie empfänglich sind für solche Rekrutierungsversuche? Klar, also wenn ich Ihnen jetzt ein Papier schreiben würde als Wissenschaftler, würde ich natürlich sagen, so einfach geht das nicht. Jetzt gebe ich Ihnen mal die ganz kurze Antwort. Die ganz kurze Antwort ist, das sind junge Leute, die erstens auf der Suche sind und die zweitens nicht das Gefühl haben, dass sie in der Gesellschaft wirklich dazugehören. Und das ist dann besonders akut, wenn diese Leute aus der zweiten, dritten Generation kommen, also Kinder oder Kindeskinder von Einwanderern nach Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die immer noch so das Gefühl haben, wir haben jetzt zwar einen französischen Pass, wir sind hier geboren, wir sind hier zur Schule gegangen, wir sprechen Französisch, aber wir gehören nicht richtig dazu, wir wissen nicht, wo wir hingehören. Wenn wir in die Türkei gehen, werden wir als Deutsche beschimpft, aber in Deutschland werden wir als Türken beschimpft. Und da schließen sich dann ganz viele Fragen dran an. Und wenn man 17, 18 ist, ist man natürlich sowieso an dem Punkt, wo man überhaupt erstmal versucht zu definieren, wer bin ich überhaupt? Und wenn man dann in der Situation das Pech hat, dass da ein Extremist reinkommt und sagt, ja, du bist gar kein Franzose. Der Grund, weshalb deine Jobbewerbungen immer zurückgeschickt werden, hat damit zu tun, dass dein Name Mohammed ist, denn du bist Muslim. Und du bist eigentlich in Wirklichkeit, befindest du dich im Krieg mit Frankreich. Du musst dich uns anschließen. Komm ins Kalifat, da kannst du stark sein, da kannst du mächtig sein, da gibt es Waffen, da gibt es Abenteuer. Da bist du Teil einer Gesellschaft, wo du nicht der Loser bist, sondern der Held bist. Und das ist etwas, was für jemanden, der in einer solchen Situation ist, schon etwas sehr Attraktives sein kann. Natürlich für eine ganz kleine Minderheit, aber das ist so die Geschichte von vielen der Rekruten, die dann in Syrien gelandet sind. Jetzt doch nochmal zurück, also Sie haben gesagt, so einfach ist das nicht, wenn man das wissenschaftlich betrachtet. Wo sind denn da so die Grauzonen, die Sie jetzt relativ klar gemalt haben? Erste Grauzone, wir haben in ganz Europa ungefähr 20 bis 25 Prozent der Syrien-Kämpfer oder der Syrien-Reisende sind sogenannte Konvertiten. Also das sind überhaupt nicht Leute aus der zweiten, dritten Einwanderer-Generation. Das sind häufig Leute, die als Christen geboren und aufgewachsen sind und die eigentlich keinen muslimischen Hintergrund haben und die auch nicht in diesen Milieus verkehrt sind. Dann haben wir eine größer und stärker werdende Zahl von Frauen. Das ist eines der größten Rätsel überhaupt. Was findet eine Frau an dieser Art von Gesellschaft attraktiv? Speziell eine Frau, die in einer westlichen Gesellschaft mit allen Rechten geboren und aufgewachsen ist. Also da gibt es schon wirklich viele Gruppen, die so ein bisschen die Ausnahme von der Regel sind. Und deswegen ist es nicht so einfach. Also es gibt schon ganz unterschiedliche Verläufe. Und wir haben jetzt auch zum Beispiel gesehen, auch in Stockholm, in London, das waren nicht mehr Leute, die 17, 18 sind. Das waren Leute, die 39, 38 waren. Das sind schon Leute, wo man eigentlich denken müsste, die sind aus dieser Identitätsphase, Findungsphase eigentlich schon draußen. Also es gibt schon unterschiedliche. Es gibt schon, aber so das, was Sie zunächst beschrieben haben, das trifft auf einen großen Teil. Großen Teils. Über wie viele Zahlen reden wir hier? Also was ist die Anzahl der Leute? Also wir haben in Westeuropa haben wir 5000 Leute, die im Laufe der letzten fünf Jahre nach Syrien gegangen sind als Kämpfer. Bei denen geht man davon aus, ein Drittel ungefähr ist bereits wieder zurück. Also das sind Leute, die sind bereits wieder nach Europa zurückgekehrt. 15 bis 20 Prozent sind in Syrien und im Irak gefallen, also die sind tot. Und der Rest ist noch da. Also in Deutschland zum Beispiel geht man davon aus, 850 Kämpfer. Von denen ist ein Drittel zurück, 350, 400. Von denen 15 bis 200 sind tot. Also ungefähr die Hälfte ist noch da, 400 würde ich sagen, 400 Deutsche sind noch da unten. Ist denn der Kampf in Syrien das zentrale Ziel von Rekrutierungsversuchen? Nicht mehr. Lange Zeit war es das. Lange Zeit hieß es, wenn du Muslim bist, hast du die Pflicht nach Syrien auszureisen, weil wir dort eine perfekte Gesellschaft aufbauen und das ist unser Ziel. Jetzt natürlich seit 2015 ist dieses sogenannte Kalifat in der Defensive. Hat auf der irakischen Seite bereits wieder 60 Prozent des Territoriums verloren, auf der syrischen Seite 30 Prozent. Die Geschichte ist nicht mehr so erfolgreich. Mittlerweile sagt der Islamische Staat, bleibt wo ihr seid und greift die Ungläubigen in ihrer Heimat an. Und ich glaube, zumindest zum Teil erklärt das auch, weshalb wir in den letzten sechs bis zwölf Monaten eine Häufung der Anschläge gesehen haben. Weil eben die Betonung nicht mehr auf Ausreise ist, sondern auf in der Heimat bleiben und mit den einfachsten Mitteln Anschläge durch. Wenn wir jetzt, Sie haben ein bisschen diese Gruppen beschrieben, die zumindest empfänglich sind für solche Rekrutierungsversuche. Auf welchen Wegen werden die denn angesprochen? Also wie nehmen, ja ich weiß nicht, also ja, fangen wir erstmal so an. Auf welchen Wegen werden Sie angesprochen? Also die allermeisten werden tatsächlich von Angesicht zu Angesicht angesprochen in der salafistischen Szene überall in Deutschland oder in Europa, wo die aktiv ist. Das ist der Erstkontakt, ja? Das ist der Erstkontakt und deswegen haben wir in Deutschland eine große Diskussion über diese Lease-Kampagne, wo die Korane verteilt wurden in Fußgängerzonen. Das war so eine Art von Erstkontakt, wo dann einige Leute auch dran hängen geblieben sind. Es gibt zum Teil auch Ansprache im Internet, also wo Leute, die sich zum Beispiel für bestimmte Facebook-Gruppen interessieren, die werden dann angesprochen und gesagt, ja, du hast dich da, wir willst nicht mal hier mit uns Kontakt aufnehmen, wir wollen dich mal treffen und so weiter und so fort. Aber der Punkt ist folgender, es bleibt selten online. Also es ist schon immer so, selbst wenn jemand online angesprochen wird, kommt da meistens dann die Idee raus, lass uns mal treffen in Solingen oder in Mönchengladbach oder wo auch immer. Also der Punkt ist, dass diese Art von Online-Radikalisierung, wo Leute wirklich nur im Internet sich radikalisieren, dass das ganz, ganz selten ist. Was sind denn das und wer unternimmt diese Radikalisierungsversuche? Also von wem gehen die aus? Naja, also es gibt in vielen europäischen Staaten, ja, sehr, ja, wie kann man das ausdrücken, also radikal-salafistische Gruppen. In England zum Beispiel hieß der Anführer einer dieser Gruppen Anjim Chaudhry. In Deutschland hat man gehört im November zum Beispiel, dass das Rekrutierungsnetzwerk um Abu Wala ausgehoben wurde und das war wirklich eine zentrale Figur. Der hat in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, war der ständig unterwegs, hat sich als Gesandter porträtiert des Kalifat, des Kalifen und war gewissermaßen einer, der so diese Leute in diese Netzwerke mit eingefügt hat und Gruppen geschaffen hat in verschiedenen Städten, die dann Anhänger des Islamischen Staates wurden und wo dann auch Ausreisen stattfanden. Sie haben gesagt, Internet spielt zumindest am Anfang nicht die zentrale Rolle. Welche Rolle spielt denn das Internet bei dieser Stelle? Das Internet ist deswegen wichtig, weil das Internet gewissermaßen die Marke des Islamischen Staates schafft. Und der Islamische Staat ist nicht durch Zufall die erfolgreichste Gruppe geworden. Der Islamische Staat war deswegen so erfolgreich, es gibt auch andere Gruppen, Al-Nusra, Al-Qaida und so weiter. Er war deswegen so erfolgreich, weil der Islamische Staat anders als andere Gruppen von Anfang an sich sehr offensiv auch online vermarktet hat, sehr professionell aufgetreten ist. Die ganze Propaganda war in europäischen Sprachen verfügbar. Der Irrtum wird ja häufig gemacht, dass man denkt, man muss die in Türkisch oder Arabisch ansprechen. Diese zweite, dritte Generation spricht vor allem europäische Sprachen. Der Islamische Staat war der erste, der das verstanden hat. Und durch seine Videos hat er eben auch diese Idee geschaffen, dass das etwas ist, wodurch man zum Helden werden kann. Und es geht in diesen Videos eben nicht nur um Gewalt, die geht es auch, aber es geht eben auch um die Utopie des Kalifats und wie wunderbar angeblich das dort ist und dass die dort eine neue Gesellschaft aufbauen und dass man dort zum Helden werden kann, wenn man dorthin geht. Und das haben die besser geschafft als alle anderen Gruppen. Und da war das Internet absolut wichtig. Woran erkenne ich denn in der Schule Lehrer, Eltern, Freunde, ob jemand dabei ist, radikalisiert zu werden? Ja, das ist im Prinzip eine schwierige Frage, weil natürlich es wichtig ist, dass man unterscheidet. Dass jemand zum Muslim wird oder islamisch wird, ist nicht automatisch oder zwangsläufig etwas Problematisches oder etwas, was darauf hindeutet, dass diese Person nach Syrien geht. Aber es gibt schon Anzeichen dafür, dass das sich in eine bedenkliche Richtung entwickelt. Also es sind halt Dinge wie zum Beispiel, dass man unglaublich intolerant wird, zum Beispiel auch gegenüber anderen Muslimen. Also nicht nur gegenüber Christen oder anderen Glaubensrichtungen, aber auch gegenüber anderen Muslimen unglaublich intolerant wird. Dass man sich von seinen Eltern abkapselt, nichts mehr mit ihnen zu tun haben möchte. Und natürlich muss man genau zuhören, was sagen die und wie repräsentieren die sich. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber jemand, der tatsächlich von diesen Konflikten und Kriegen ständig spricht und wie toll das ist, daran teilzunehmen, der plötzlich Propagandamaterialien auf seinem Computer hat, das sind schon alles Warnzeichen. Das ist noch kein Beweis, aber das sind schon Warnzeichen. Und da würde ich als Lehrer oder als Eltern würde ich sagen, ich muss jetzt Hilfe suchen. Ja, und wie kann die aussehen? Gut, das ist etwas, worüber ich im Prinzip seit Jahren spreche. Und wir sind in Deutschland in der vergleichsweise guten Lage, dass wir mittlerweile in fast allen deutschen Bundesländern Präventionsnetzwerke haben. Und die bestehen in manchen Bundesländern zum Beispiel daraus, dass es eine Hotline gibt, wo Eltern anrufen können. Und das ist deshalb wichtig, weil man Eltern dadurch das Signal gibt, du musst jetzt nicht gleich die Polizei anrufen. Weil viele Eltern, fast alle Eltern wollen nicht, dass ihre Kinder nach Syrien gehen, aber sie wollen auch nicht, dass ihre Kinder ins Gefängnis gehen. Und wenn man Eltern dazu bringen möchte, frühzeitig anzurufen, wenn die ersten Signale kommen, dann muss man eine Hotline schaffen, wo die Eltern sich sicher sein können, da ist nicht die Polizei dran, sondern da sind Leute dran, die wollen mir tatsächlich helfen, dass diese Situation nicht so weitergeht. Und solche Hotlines gibt es mittlerweile in fast allen Bundesländern. Die werden auch intensiv genutzt und da sind dann eben nicht Polizisten dran, sondern Sozialarbeiter, Jugendarbeiter, die sich mit diesem Thema wirklich auskennen und die den Eltern professionelle Hilfe dabei leisten können, das zu verhindern, was sich da möglicherweise abzeichnet und die auch schon viele Erfolge gehabt haben. Was ist denn, sagen wir mal, auf staatlicher, politischer Ebene zu tun? Sie haben ja jetzt verschiedene Sachen gesagt, dass nicht nur, aber vor allen Dingen Jugendliche in so einer Orientierungsphase angesprochen und empfänglich sind für diese Rekrutierungsversuche, die halt sich nicht zu Hause fühlen, nicht aufgehoben fühlen. Gleichzeitig gehen diese Rekrutierungsversuche von relativ wenigen zentralen Figuren aus, die man unter Umständen ja auch ausschalten kann. Wo würden sie ansetzen, wenn sie wünscht ihr was spielen könnten, um das zu verhindern? Es gibt ja, wichtig ist eine gute Balance zwischen Prävention und Repression. Prävention ist unglaublich wichtig. Das hat in Deutschland vor zwei Jahren praktisch überhaupt nicht existiert. Mittlerweile ist jeder darauf gekommen, das ist wichtig. Und da ist viel passiert in Deutschland, ein bisschen unterschiedlich je nach Bundesland, aber da passiert mittlerweile vieles und auch viel Gutes. Was die Repression angeht, muss ich sagen, dass Repression nicht unbedingt immer schlecht ist, aber schlechte Repression ist absolut schlecht. Wie zum Beispiel? Ich denke nicht, dass es eine Patentlösung gibt. Ich glaube nicht zum Beispiel, wenn man über das Burka-Verbot spricht zum Beispiel. Da kann man aus gesellschaftlichen Gründen dafür sein, aber es ist kein Terrorismusbekämpfungsmittel. Also man darf sich davon nicht erwarten, dass es irgendeinen Beitrag dazu leistet, dass es weniger Terrorismus gibt. Man kann sagen, okay, das passt nicht zu uns als Gesellschaft, aber als Terrorismusbekämpfungsmittel absolut unbrauchbar. Was ich lange Zeit nicht verstanden habe, ist, dass solche Figuren wie Abu Wala, der Leute rekrutiert hat in Deutschland, oder wie zum Beispiel der salafistische Verein, wo Anis Amri hingegangen ist, in Moabit, bekannt als die ISIS-Moschee, dass solche Vereine nicht verboten wurden und dass sie so lange existieren konnten. Denn das waren wirklich die Dreh- und Angelpunkte. Da waren die wenigen Leute, die sehr viele Leute rekrutiert haben. Also die Zentren von diesen Netzwerken haben dort operiert. Und ich finde es richtig, repressiv auch diese Vereine zu schließen und diese Leute dann auch auszuschalten. Und das ist meiner Meinung nach ein wichtiges Mittel. Und ich glaube, wir werden da jetzt momentan ein bisschen offensiver, aber das hat zu lange gedauert. Auch aus vielleicht falsch verstandener Vorsicht, um nicht als antimusklimisch darzustellen? Es ist natürlich unglaublich schwierig, weil sie haben hier mit zwei Themen zu tun, die uns in Deutschland aus guten Gründen heilig sind. Erstens Religionsfreiheit, zweitens Vereinigungsfreiheit. Also einen Verein zu verbieten, ist in Deutschland nicht einfach. Und noch dazu einen religiösen Verein, ist noch schwieriger. Da haben sich die Juristen und wahrscheinlich auch politisch hat man sich damit sehr schwer getan. Ich hoffe, dass man jetzt besser versteht, dass es natürlich nicht die Regel sein sollte, dass man religiöse Vereine verbietet. Aber dass es doch wirklich Leute gibt, da muss man sagen, das sind nicht religiöse Vereine, sondern das sind Vereine, die dazu dienen, Terrorismus zu promoten. Und das muss verboten werden. Und gehen diese Leute dann nicht einfach in den Untergrund? Die sind ja ohnehin zum Teil im Untergrund. Aber diese Vereine sind nach wie vor sozusagen das Schaufenster, was dann Leuten, die gewissermaßen auf der Suche sind und die sich dieser Szene anschließen wollen, diese Kontaktmöglichkeit gibt. Und diese Kontaktmöglichkeit ist bei vielen Leuten relativ wichtig. Also ich glaube, das ist schon eine wichtige Maßnahme. Ich würde nochmal zur Prävention kommen. Also wenn Sie sagen, Jugendliche, die sich hier nicht aufgehoben fühlen, ausgegrenzt fühlen, und man liest dann beispielsweise einen Innenminister, der Leitkultur formuliert und sowas sagt, wir sind nicht Burka. Trägt das zur Ausgrenzung dabei? Nein, das glaube ich nicht. Und ich glaube, es gibt hier zwei Seiten der Medaille. Und da haben sowohl die Linken als auch die Rechten etwas aufzuarbeiten. Der erste Punkt der Medaille ist, dass man sagt, es gibt in unserer Gesellschaft Gesetze, an die muss sich jeder halten. Und es gibt darüber hinaus auch Normen. Die sind zwar nicht in Gesetzen festgeschrieben, aber so wollen wir in unserer Gesellschaft leben. Manche Leute bezeichnen das als Leitkultur. Auf der anderen Seite muss man dann allerdings, damit tun sich die Linken schwer. Auf der anderen Seite muss man dann allerdings sagen, und damit tun sich die Rechten manchmal schwer, wer sich an die Gesetze hält und wer versucht, sich an dieser Leitkultur zu orientieren, der muss dann auch wirklich akzeptiert werden. Der muss dann auch wirklich dazugehören. Selbst wenn sein Name Mohammed ist, selbst wenn seine Eltern aus der Türkei kommen, der ist dann Deutscher. Also es sind zwei Seiten der Medaille. Das erwarten wir von dir. Aber wenn du das erfüllst, dann gehörst du wirklich auch zu unserer Gesellschaft dazu. Dann bist du Teil Deutschlands, genauso wie ich und sie und alle anderen. Und wie kann man diesem dazugehören Ausdruck verleihen? Was muss an staatlicher Seite von Schulen, weiß ich nicht, Staatsbürgerschaftsrecht passieren, damit dieses Gefühl eintritt? Und das ist genau der Punkt. Das ist, glaube ich, das Schwerste für Deutsche zu verstehen, dass es da nicht ein Gesetz gibt, das man verabschieden kann. Ich muss ja immer lachen. Und der Doppelpass und sowas. Das Integrationsgesetz. Ja, wir verabschieden jetzt ein Gesetz und dann funktioniert die Integration. Ich glaube, das ist leider etwas, was schwieriger ist und was auch von der Gesellschaft selber kommen muss. Natürlich haben Politiker da eine Funktion und natürlich müssen die den Ton richtig angeben. Aber letztlich müssen sich auch unsere Einstellungen ändern und das wird bestimmt noch eine Generation dauern. Was wir, glaube ich, in Deutschland besser machen, also Deutschland ist nicht das Land, das am schlimmsten dran ist. Wenn Sie nach Frankreich schauen, wenn Sie nach Belgien schauen, die Vororte von Paris oder Stadtteile von Molenbeck in Brüssel, dass da im Prinzip über Jahrzehnte von staatlicher Seite gesagt wurde, das interessiert uns überhaupt nicht mehr. Wir sind da nicht mehr präsent. Wir schicken da die Polizei nicht mehr hin. Wir machen da die Jugendzentren zu. Wir sind da überhaupt nicht mehr als Gesellschaft vorhanden. Das haben wir Gott sei Dank in Deutschland in dem Maße noch nicht. Natürlich gibt es auch in Deutschland problematische Gebiete, aber in dem Maße wie in Frankreich und Belgien haben wir das noch nicht. Und diese Art von rechtsfreier Raum hat natürlich auch dazu beigetragen, dass Leute dann nicht das Gefühl hatten, sie gehören überhaupt zum Rest der Gesellschaft dazu. Und als Warnung an Deutschland muss man sagen, schaut nach Frankreich und Belgien und stellt sicher, dass das bei uns nicht passiert. Das ist jetzt wirklich die letzte Frage, weil da will ich mal auch für die Leute, muss man mal konkret machen, wie das aussehen kann. Der Staat muss präsent sein und da ist auch wieder auf zwei Seiten. Die Linken wollen dann mit Jugend- und Sozialarbeitern rein. Absolut in Ordnung. Die Rechten wollen mit Polizei rein. Auch in Ordnung. Es ist beides wichtig. Es muss Angebote für Jugendliche geben. Es muss Perspektiven für Jugendliche geben. Aber es muss natürlich auch eine Präsenz der Polizei geben, die dann dem Gefühl des Rechtsstaats und seinen Gesetzen Ausdruck verleiht. Und wenn Sie sagen, ja, Gesetze und Staat ist die eine Rolle, aber wir Menschen, Gesellschaft, wie sieht denn das aus? Wie kann denn jeder in seinem Alltag dazu beitragen, dass sich solche Leute nicht ausgegrenzt fühlen? Das Wichtigste, ich werde ja häufig gefragt, was kann ein normaler Mensch gegen den Terrorismus machen? Und die Antwort ist erstmal natürlich nichts ganz Konkretes. Und das Schlimmste ist, wenn man an jeder Ecke die Polizei anruft, weil irgendwas nicht stimmt. Was man aber wirklich machen kann, ist, dass man nicht darauf hineinfällt, dass man nicht darauf hereinfällt und das tut, was ISIS wirklich will. Weil ISIS will ja durch diese Anschlägegesellschaften polarisieren. ISIS will ja, dass die Mehrheitsgesellschaften, jedem Muslimen mit Misstrauen gegenüber tritt, sodass sie eben ihr Narrativ, dass die Muslime in der westlichen Gesellschaft keine Chance haben, noch plausibler vertreten können. Das Wichtigste, was man machen kann, als normaler Bürger der Mehrheitsgesellschaft, ist, trotz solchen Anschlägen und trotz ISIS, Muslime nicht anders zu behandeln, als man sie vorher behandelt hat. Und sie genauso als Teil der Gesellschaft zu akzeptieren, wie jeden anderen auch. Also das Beste, was man tun kann gegen den Terrorismus, ist im Prinzip sein Leben so weiterzuleben wie zuvor und das Spiel der Terroristen nicht mitzuspielen. Herr Nohmann, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Danke. Die Videos gibt es bei DCDP-TV oder im YouTube-Kanal von DCDP. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke fürs Zugucken. Bis dann. Tschüss.